Hatten Sie jemals Schwierigkeiten einzuschlafen? Ähm, neuerdings, ja. Bist du das erste Mal in einer Schlafklinik? Was untersuchen Sie? Darf ich nicht sagen. Ihr seht euch unsere Träume an? Das eröffnet unvorstellbare Möglichkeiten. Sind wir soweit? Das ist krank. Ich bin drin. Was ist das? Ich hab so etwas noch nie gesehen, in keinem Traum. Ihre Werte verändern sich. Das ist unmöglich. Jetzt hör mal, euer wissenschaftliches Projekt macht mich völlig fertig. Sarah, geht es Ihnen gut? Scheiße auf das hier, nein, es geht mir nicht gut! Ich sage Ihnen doch, sie ist nicht da! Ich hab Scheiße gemacht. Was dachten Sie, würde wohl passieren? Sarah, nein! Das ist ein Albtraum. Was ist hier los? Sarah! Wir sind fast fertig. Mach auf, du musst aufmachen!